so scheiße ja komm erfolg machen tup 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 tups jetzt ausprobieren ok das ist nämlich leer da ist gar nichts drin was ist los ich will mich haben was du gemacht und wie du das mit dem top das ist jetzt mal da grund wenn es sich irgendwas wenn die weitergas rauskommt aber das ist nur die beiden verbunden nur das Ja, vielleicht ist das Gas, das da rauskommt. Kein gutes Anzeichen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das nicht so gut ist. Dann ist immer noch 1717. So, ist irgendwas dabei, wo Potenzia oder Machina dabei ist? Ich habe jetzt wieder nicht geschaut, aber was ist denn Potenzia, Machina? Pola. Oh, es geht. Es geht, es geht. Sehr langsam, aber es geht. Na gut, Igles, klar kommt da jetzt nirgendwo rein. Ja, geiler Scheiß. Gut, dann könnt ihr es machen. Geil. Ja. Okay. Dann kann ich das jetzt schön irgendwo hinstellen und dann verlege ich meine Rohre. Ich bin Feuerbox. Ich mache jetzt nicht einmal ein bisschen was rüberlegen. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, vier, acht, neine. So, drei, vier. Bis fast. So, hier. So ist die Witte. So nicht. Okay. Gibt es dafür auch Fassaden? Gibt es Baumkraft-Fassades? Gibt es Baumkraft-Fassaden? Oh, doch. Nein. Warte mal, das könnte ich doch bestimmt doch googlen. Dann müsste es leider sichtbar bleiben. Aber, wenn ich das weg mache, dann habe ich gleich ein bisschen mehr relliert und so. Ich hoffe, das ist egal, wie früh man da anschließt. Und da hast du Baumkraft nämlich zutrauen, dass es nicht egal ist. Deswegen hat er irgendwie so viel von den verschiedenen Tubes. Ich glaube, du kannst wirklich noch irgendwas machen mit irgendwie... Ja, du hast aber auch noch ungefähr drei verschiedene Öfen, für die du da machen kannst. Naja. Aber aktuell machen die es ja einfach nur sortieren. Mehr machen die gar nicht. Aber da waren doch auch... Hat doch da irgendwas vor... ... Im Moment. Oh, ah. Ich glaube, ich mache es doch anders. Ich glaube, ich mache es doch anders. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich mache es anders. Du musst jetzt was rauskommen. Ja. Ich glaube, wie es besser geht. Gleich mache ich die gefilcht. Also mache ich jeden... In der Mitte geht einer, wer durch, das ist die, die da rausgeht. Und dann rechts und links gehen immer die weg und dann nur gefiltert. Ah, ich verstehe, was du machst. Ich weiß aber nicht, ob das Sinn macht. Ich habe gerade gelesen, dass irgendwas dann Probleme macht und ich mache keine Probleme in Thumbcraft. In jedem anderen Modpack weiß man wurscht, aber nicht in Thumbcraft. So. Ähm. Genau, dann brauche ich doch dich. Du gehst da in der Mitte um mich. Ja, huch. Jawoll. So. Ähm. Die anderen muss ich jetzt noch basteln. Und ich brauch das komische Ding, mit denen die voneinander trennen kommen. Das Ding, mit dem sie Dings Dings... Schlafen? Schlafen, ja. Lieg. Egal. Wann machst du das? Fähre? Weil ich einfach immer jetzt damit gespielt hab. Ach so. Wie funktionieren, wie machen, was machen. Was machen sie? Ja. Ähm. Muss. Ja. Das sind die Filter. Filter. Silver, Wood, Gold, Gold. Okay. Ich glaub ich hab... Hobby da herrüben... Gold? Ich glaub nicht. So. Gold? Doch, 170 sogar. Silver, Wood, Planks, Hobby. Ja. Planks und... Das war's glaub ich schon. Ähm. Da. Wo ist er denn? Da. Scheiße, ich brauch die blauen Kristalle. Da. Du bist nicht das nirgends? Ich denk das. Ich denk das, über röd ist, nachher aber nicht auf. Ich weiß die Cultogle durchsonsten. Ja. Cesato. Das ist ein bisschen ... Silkyans aufgerungen. Oben. 26 so 33 34 36 auch hier wieder wie es für einfach mal noch weil einfach mal probieren mich jetzt ja jetzt schauen wir das so ein auf k plus und auf k minus oder von pfeil klickst nicht dass du da nicht draufklicken so und dann kannst du mit rechts klicken einfach reinbauen das sind kaum fein und nix berühren genau und jetzt baut sie das nö interessant ja bis fertig ist ich kann nicht oben bleiben ich muss einfach lang klicken ja jetzt habe ich die ganzen ähm Zylinder gebaut bei dem an der Wassergebilde das ich habe so und es war ok jetzt ein bisschen weiß ich habe über die unterste Reihe gebaut und dann einfach mit der Bilder aus wo und hochzogen ja ok es geht actually hi hi jetzt habe ich dann einen großen Igel in meiner Pris toll aaaaaaah na komm na also na also jetzt habe ich 38 davon jetzt habe ich 38 davon jetzt gehen wir runter da nicht die sind hier tubs und und die jetzt schlicht so ich habe ich brauche dieser den da ok den krieg ich da das ist der ist das ist das der Ich brauche die Platten. Die Stickies. Was wollen wir denn? Hier war es kurz. Und. Oh wow. Das ist ja nicht so lang. Nein. Ich kann auch noch die Schwestik. Ok. Resonator. Resonator! Erinnert dich halt draußen! Gebaut! Da! Verbaut? Ich hoffe, dass das jetzt dieses Teil ist, mit dem ich die... ...innen komme. Nein, ist es anscheinend nicht. Dann... Nehmen wir die... Nehmen wir heute die. Oink! Dem hat es schon immer funktioniert. Kann man das bei allen anderen Zeitungsdingern... Ne, das geht einfach nicht. Oink! Ich weiß es nicht. Ach, gibt es nicht auch Thaumcraft? Wrench? Wrench! Das gibt ja nicht mehr Haufen. Na. Nein. Wir haben jetzt die ganze Zeit da. Dann rufen wir das ganze Gefiltere ja nichts. Ja. Irgendwas heißt das... ...Suction Zero untyped sicher, aber... Ja. Dann können wir die einfach so schließen, oder? Den ganzen... ...pumpst dann den mal. Wo ist die Wrench? Sagt schon... 28 Euro. Nein, natürlich. Aha. 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 Achso, da sagst du nur, wie fühlst wo. Ja. Genau. Ja. 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 So. Das wird doch nicht. Den nehmen wir doch raus. Okay. Voll schön. Okay, ja. Dann muss ich... Oh, oh, oh. Jetzt glaube ich fließt da nur Terra durch. Ja. Dürfte dann so sein, ne? Aber das hat dann trotzdem noch. Möchtest du da wieder reinfüllen? Ja. Okay, so bringt sie's halt dann der feuchten Scheiß weg. Ich weiß halt nicht, ob dadurch dann was verloren geht. Ich hab immer voll Angst, dass wenn da was rausgeht, dass sie dann irgendwann was dann nicht mehr drin kommen. Kein im Plan. Aber Terra und Ordo hab ich eh so viel. Das war's die Lastes zwei Mal. Das sind elf und achtzehn. Hm. Jetzt mal. Natürlich. Haha. Schau doch nur das Ohr hin und dann hören wir auf. Ich bin sowieso dabei. Ich verabschied mich schon mal, weil ich geh einfach. Ja. Jetzt auf die Toilette und mach uns dann essen. Ja. So. Ach so. Scheiße. Ach so. Scheiße. Nächste Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank für die ganzen. Daumen hoch für die Watchtime, die wahnsinnig hoch ist. Dankeschön dafür. Wir sehen uns dann übermorgen wieder zu der neuen Folge Minecraft. Bis dahin. Bye, bye und auf Wiedersehen. Möte. Bye, die Frage. Bis dahin. Bis dahin.